Jo, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video, Freunde, machen wir ein XXL Hide & Seek. Das ist ein komplett krasses Video heute. Deswegen, Leute, sprengt das Like-Button, den Abo-Button, Leute. Aktiviert die Glocke. Schaut euch das Video bitte bis zum Ende. Es hat sehr lange gebraucht, das Video zu cutten zu machen. Ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go! So, wir machen es so. Du versteckst dich wieder, okay? Okay, ich bleib wieder hinten. Okay, ich versteck mich wieder als erstes. Genau, ich stell den Timer jetzt wieder hier auf. Genau, zwei Minuten, ja? So, du kannst auf jeden Fall dich verstecken. Let's go, versteck dich. Ja, gerne. Ich werde mich auf jeden Fall gerne verstecken. Ich muss mich suchen kommen. Was? Also man müsste mich von meiner Perspektive eigentlich nicht sehen. Jetzt schon suchen kommen? Okay, Digga, dann. Ja, also man müsste mich eigentlich nicht sehen. Eigentlich. Jetzt soll ich schon... Warte mal, du bist hinter dem Baum, Digga. Natürlich hinter dem Baum und zack. Und? Ah, nee. Nee, doch nicht. Ich bin dir ehrlich, du hast wahrscheinlich wieder so ein komplett dummes Versteck. Ich hab kein dummes Versteck. Vertraue mir, Bro. Ja, ich soll dir vertrauen. Also man kennt das... Warte mal, hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Du bist ja gar nicht rübergerannt. Hä? Vielleicht hab ich auch Flyheck. Im Versteck? Warte, der kann so in deinem Stein sein. Gleich hab ich auch Flyheck, Digga. Ich weiß nicht, Bro. Hä, Leute. Leute, er hat sich versteckt, aber hier ist keine Platte. Man sieht keine Platte, dass er gelaufen ist. Leute, ihr wisst nicht. Ich bin der Heidenzick King, Digga. Also niemand kann mich gucken. Warte mal, warte mal. Er könnte... Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Digga. Du hast dich da versteckt, Digga. Du bist so scheiße. Ich finde das nicht dein Ernst. Ich finde das nicht dein Ernst. Ich finde das nicht dein Ernst. Du bist so kacke. Okay, let's go. 1-1. Bro, ja, Digga. Nein, es ist noch nicht 1-1. Kommt drauf an, wie lange du gebraucht hast. Wie lange hättest du noch Zeit? Ja, Digga. Ich hatte genug Zeit. Es war nicht zwei Minuten. Jetzt geh mal hinter. Okay, Leute. Und zwar, Leute. Ich hab mir einfach vorgeschlagen. Ich hab mir jetzt grad gestummen. Ich verstecke mich einfach hier unten. Der wird das gar nicht palmen. Ich verstecke mich einfach hier, weil wer weiß. Der sollte wissen, dass man einfach hier auf diesen Vierk drauf kann, Leute. Auf den roten Vierk. Der Typ wird gar nicht palmen, wo ich bin. Ich würde sagen, let's go. Die Minute ist wieder vorbei. Und ich würde sagen, kann ich dich suchen, komm. Digga, du wirst mich gar nicht finden, Digga. Ich werd dich finden, boah. Leute, ihr wisst, ich bin der Hightensieking. Ich werd den finden, dass wir safe hinter dem Baum. Digga, schau mal. Ich bin dir ehrlich, Digga. Ich bin hinterm Ziel. Spaß. Nein, ich bin da auch nicht. Ich hab so ein krasses Versteck. Du wirst mich gar nicht finden, Digga. Du bist ein Stein, oder? Nein. Ah, du erwartet. War ich das oder hast du die Platten? Ich bin in dein Versteck, Digga. In dein Versteck. Was denkst du denn, Digga? In meinem Versteck. Wie immer, Digga. Dein Versteck. In dein Versteck. Du warst nicht in meinem Versteckvertrag. In dein Versteck, Digga. Du hast auch so schlechte Verstecke, Digga. Oh mein Gott, ich seh dich, Digga. In diesen roten Platten hier vorne warst du jetzt mal nicht in der Koffer, wo du erst mal bist. Er wird dich nie finden, Digga. Du lachst schon wieder so komisch, Digga. Du lachst schon wieder so komisch. Digga, du findest mich nicht. Du lachst wie eine Grappe, Alter. Wie lachst du? Digga. Du lachst wie eine Grappe. Hä? Hallo. Digga, wo warst du? Ey, warte. Komm, sag, sag, komm. Digga, ich war hier. Ich war hier. Einmal auf diesen roten Schneid. Achso, du warst hier ganz hinten bei diesen roten Platten? Ja, Digga, ich war da unten. Oh nee, Digga. Ja, ich würde sagen, jetzt hier an der Stelle save 1, 1, ja? Du versteckst dich jetzt wieder, ne? Ich geh wieder hinter, wie immer. Ja, ich werde mich wieder als erstes verstecken und ich würde sagen, hast du noch was zu sagen, bevor ich dich jetzt hauptsächlich verstecke? Digga, du hast keinen, du hast einen Kack versteckt, weil du wirst mich nicht finden, die... Also, ich werde dich finden, Digga. Sag ich das so, wie es ist, ja? Du wirst mich... Ich werde dich 100% finden. Ja, komm, du laberst wieder jetzt. Guck mal nicht hin, Digga. Komm. Ja, ich bin hinten. Ich bin hinten. Du kannst dich verstecken. Ja, ja, ja. Ich versteck mich jetzt. Ja, ja. Okay, gucken wir dann, ne? Okay, dann let's go. Let's go. Okay, ich komm. Ähm, bist du bereit, Digga? Du, die zwei Minuten sind jetzt vorbei. Ich bin bereit. Du kannst mich suchen, komm, und ich hoffe, du cheatest nicht wieder, ne? Digga, warum soll ich cheaten, Digga? Du bist einfach lost, Digga. Du hast wahrscheinlich wieder so ein Billo versteckt, hm? Ah, ja. Billo versteckt. Komm, zeig doch mir mein Billo versteckt, Digga. Also, jetzt hast du noch eine Minute... Ja, Jogi, ich sag dir, so wie es ist, ich werde dich jetzt finden, Digga. Ich sag dir, Bro, du hast keine Chance, Digga. Bro, 15 Sekunden sind schon vorbei. Beeil dich wieder. Digga, was laberst du, Digga, Jogi? Ich werde dich kommen, Digga. Mach mal keinen Stress hier, Digga. Eine Minute und 40 Sekunden. Eine Minute noch. Ey, komm schon, Digga, das kann nicht sein. Wo bist du denn? Du bist hinterm Ziel. Nein, ich bin nicht hinterm Ziel. Du bist jetzt hier reinlaufen, ne? Du bist... Hä, du bist wirklich nicht hinterm Ziel. Ich hab gedacht, du hast einen Billo versteckt. Eine Minute und 25 Sekunden. Ey, beall dich, ne? Beall dich. Hä? Hast du mich gesehen? Äh, gesöhne... Hm, weiß ich nicht. Soll ich dir das sagen? Hä, Digga, du willst mich verarschen? Ich schädel dich nicht. Aber wir haben... Hä? Digga, nicht dein Ernst, Digga. Du versteckst dich an diesen Scheiß-Gipfel, Digga. Oh nein, Digga, ey. Digga, du bist so kacke, Digga. Okay, dann let's go. Auf jeden Fall nicht schlecht. 2-1 für mich. Ich hoffe, ich werde dich jetzt auf jeden Fall schneller finden. In Fall, ähm... Ja, versteckt. Du kannst kommen, ja? Ich kann kommen? Okay. Ich hab hier schon ein bisschen geguckt und ich hab dich bisher hier noch nicht gesehen, weil ich glaube, ob du hinterm Ziel bist. Ich glaube schon. Und ich hoffe, ich werde dich jetzt finden, bevor der Timer uminstellt. Sonst ist ganz kritisch für mich. 3-1. Digga, ich seh dich. Ich bin ehrlich, Digga, du wirst mich niemals finden, ne? Also, der Timer... Bist du auf dem Berg, oder was? Ich glaube, ich kann... Man kann nicht mal auf dem Berg, oder? Bro, ich bin... Ich bin, Digga, ich bin komplett krass. Ich bin unter der Map versteckt wieder, Digga. Ja, unter der Map, Digga. Aber eigentlich, man darf nicht mal unter der Map... Also wirklich, ja, du bist... Hey, du wirst mich nicht finden, Digga. Ehrlich. Oh, scheiße. Kacke, Digga. Nein. Digga, du bist ja... Du warst hinterm Ziel, Alter. Ich hab ja nicht mehr dein Name. Oh mein Gott. Ja, GG. Dann würdest du sagen, 2-2, ne? Ja, 2-2, weil ich dich auch noch in der Zeit gefunden hab. Dann, let's go in die nächste Route. Du versteckst dich wieder, ne? Let's go. Kannst du mal wieder los. Ja, ich werde mich wieder als erstes verstecken und ich werde dich hopsen nehmen. Ja, Digga. Nee, nee, nee. Du hast wieder Kackverstecke gemacht. Ja, komm, schnell den Timer. Ich werde mich jetzt verstecken. Der Timer ist vorbei. Ich werde jetzt kommen. Mal schauen, wo du versteckt bist. Ja, du hast du suchen, komm, Bro. Ja, ich werde dich finden. Im Ernst, du hast wieder so ein Billow versteckt, ne? Ja, Billow versteckt. Er sagt das immer und dann findet er mich nicht, Digga, stark. Ja, Digga, ich weiß, wo du bist. Du bist hinterm Ziel. Oder? Nee, Digga, ich bin ehrlich, Digga, hinterm Ziel bist du nicht. Wo kannst du sein? Dieses Mal bin ich nicht am Tanzen. Wo kannst du versteckt sein? Ich bin gespannt. Wo könnte ich wohl sein? Ich werde dieses XXL halten Sieg auf jeden Fall gewinnen, Leute. Ihr wisst nicht. Nein, Digga, nein, wisst du nicht. Wirst du nicht? Du bist hinterm Ziel. Werde dich, Digga. Wirklich, Mann. Okay, du bist nicht hinterm Ziel. Hä? Ja, ich bin nicht hinterm Ziel. Wo bist du nur? Kann doch gar nicht sein. Ich finde dich nicht. Ah, findest du mich nicht? Hast du Hex? Hex? Ah, vielleicht habe ich Hex. Ich bin unter der Match. Warte mal, warte mal. Ich sehe da was pinkes. Oh, du bist so lost. Du hast extra so einen pinken Skin genommen. Ich habe es gesehen. Ich sehe nicht, ey, Digga. Es ist so scheiße. Es ist so kacke, das Versteck. Ja, Digga, komm, ich suche jetzt also. Oh, dann. Sehe, es ist ehrlich, ey, das war ich kacke. Bin ich ganz im Ernst, Bro. Ja, kacke, weil er sieht mich am Anfang, Digga, stark. Okay, okay, Digga, dann würde ich sagen 32 für mich. Dann, let's go. Dann, ja, verstecke ich mich, ne? Ich werde dich suchen. Leute, ich werde mich auf jeden Fall auf diesen lilanen Stein verstecken, weil ihr wisst, es gibt auf jeden Fall nicht so geile Verstecke. Der Typ wird gar nicht peinen, wo ich bin. Vielleicht wird er mich sehen, vielleicht auch nicht, aber besser als gar kein Versteck. Ich würde sagen, let's go. Ey, Bro, du kannst kommen, ja? Also, ich bin ehrlich, du willst mich, glaube ich, gar nicht. Also, du kannst mich finden, mein Versteck ist wirklich dumm. Also, wenn du mich nicht findest, Digga, ich weiß nicht, was mit deinen Augen los ist, ne? Also, ist es jetzt, jetzt wirklich? Ja, dann los, los, komm. Ja, ich glaube, ich sehe dich schon, ne? Hä, wo bin ich denn? Auf diesen pinken Blöcken. Nein, du hast es gesehen, oder wie? Ja, habe ich, Digga. Nein. Was hast du für den Kack versteckt, Digga? Ah, ich hätte gedacht, du hast mich wunden, aber okay, dann steht es ja jetzt 33, nicht schlecht. Aber wie ich sagen, let's go in die nächste Round. Okay, der Timer ist vorbei, ich schau mal, wo du bist, mal schauen. Ja, du kannst mich so kommen und du wirst mich. Ich finde, hm. Aber du hast halt so einen lilanen Skin und da findet man halt direkt nicht. Also, ich bin ja nicht. Ja, aber der Boden und so, das ist ja auch, also, es ist für mich passt, es ist für mich passt. Hast du mich gesehen, siehst du mich? Ja, ich sehe den Kopf, wenn ich ehrlich bin, ich sehe den Kopf, ne? Hä? Die Leute, er sieht meinen Kopf, Leute. Wo bist du versteckt? Sag mal ehrlich, bist du vorne oder hinten? Weil ich habe jetzt keinen Bock, wie der hinterhin zu bin. Ich bin in der Mitte ungefähr, in der Mitte. Leute, ich bin noch in der Mitte. Ich bin noch in der Mitte. Kann gar nicht sein. Nein, Mitte ist hier keiner. Dann musst du ganz hinten sein. Der war so. Ja, ja, genau. Mitte ist keiner. Da musst du hier ganz hinten sein. Ja, ich bin noch ganz hinten. Dann musst du hier ganz. Warte mal, ich habe irgendwas laufen gesehen. Nein, du hast dich jetzt nicht dahinter der Ecke hier versteckt. Ja, ich war dahinter der Ecke. Ja, komm. Okay, dann, let's go. 4-4. Ich würde sagen, let's go um die nächste Runde, Leute. Let's go. Ich würde sagen, ich komme jetzt. Ja, mal schauen, ob du mich findest. Mein Versteck ist eigentlich echt gut. Christian, bist du schon mal nicht so wie letztes Mal. Und, ähm, ja, Private Push. Wie gesagt, noch ein paar Maps schaffen. Wir, Leute, wir ziehen durch. Ihr wisst Bescheid. Und ja, äh, ich glaube, ich weiß nicht genau, wo du bist. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal hier die Abkürzung und zack. Oh, lol, ich kann nicht. Du willst mich nicht finden, Digga. Mein Versteck ist ehrlich gut. Achso, warte, ich muss zu meinem Haus. Mein Haus ist ganz genau. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Bro, ich muss zu meinem Haus. Mein Haus ist ganz genau hier. Oh, lol, bist du bei mir eingebrochen? Was soll das denn? Oh, lol, du hast mich, oder? Ja, normal, Digga. Ich habe dich schon vor dahinten. Ja, okay, okay. Nicht schlecht. Du kannst dich verstecken, okay? Und ich werde auf jeden Fall wieder hinten sein. Und ja. Ja, Bro, warum hast du eigentlich den Skin Spielzeug, die du sagst? Ja, Digga, der wird mir jetzt einfach den Seek holen. Ganz im Ernst. Der Seek, ah, er wird dir den Seek holen? Ich brauche das 5 zu 4. Ah, du bist hier. Okay, komm, komm. Ich verstehe mich dann, ja. Okay, dann let's go. Dann bin ich auf jeden Fall hinten. Und mal schauen, wo du dich versteckst. Digga, du bist safe hier. Ne, oh, Digga, wo bist du? Ah, ich finde er nicht. Ich habe OP-Versteck, ich sag dir, du. Ja, weil du mich siehst, ne? Du siehst mich ja, ne? Ich sehe dich, Digga. Ich spiele, als wenn ich so ein Spielzeug bin und sage, ja, rar, sehe, Digga. Also wirklich. Du hast auf den perfekten Skin genommen. Ich weiß, und ich gebe dir einen Tipp. Ich spiele nicht in der Kanone. Du kannst nachgucken, aber ich bin da nicht. Ey, wo bist du? Hä? Ich OP-Versteck bin ich, Digga. Ganz einfach. Ah, hinter dem Ziel, Digga. Ja, schon wieder hinter dem Ziel, Digga. Jetzt sagst du die ganze Zeit. So lachst du, Digga, wie eine Graffe, du. Mäh, Digga, komm, versuch mich mal jetzt, Digga. Du lachst die ganze Zeit. Digga, was ist denn mit dir los? Warum machst du so Stress? Du bist hinter dem Ziel. Ja, Digga, ich bin nicht hinter dem Ziel. Komm mal jetzt. Hä, hast du mich gesehen? Hä? Ich bin nicht. Nein. Du bist unterm Ziel. Nee. Vielleicht habe ich dich gesehen. Vielleicht bin ich unterm Ziel. Vielleicht habe ich dich nicht gesehen. Ja, wo bist du? Hä, ich seh dich nicht. Okay, ich seh dich nicht. Okay, ich geb dich nur am Anfang. Du bist nicht auf den Hammer drauf, wer weiß. Hä? Jetzt nicht dein Ernst. Hinter dem Eck. Oha, okay, krass. Aber seien wir ehrlich, da war noch niemand, ne? Ja, das war ein krasses Versteck. Ja, ich weiß. Okay, 5 zu 4, auf jeden Fall für dich. Ähm, ich würde sagen, ich verstecke mich, ne? Und du kannst auf jeden Fall dich jetzt auf jeden Fall hinten erzählen. Let's go. So, Funkel, du müsstest dich jetzt ja eigentlich verstecken. Bist du versteckt? Junge, ich bin immer versteckt. Ja, du wirst mich nicht finden. Ich werde dich finden. Also, bist du in den gleichen Versteck wie ich? Nein. Vielleicht in der anderen Seite auch. Okay. Okay, auch dieser Drecksame, Leute. Ey, auf jeden Fall, schreibt man die Kommentare, ob die auch diesen Hammer bei Kenan so hast. Oder diese Bälle, ey, die nerven einfach so hart. Okay, bei diesen anderen Verstecken. Da warst du schon mal nicht. Digga, ich sag das so, wie es ist, Bro. Du wirst mich nicht finden. Mein Versteck ist echt gut. Also, bin dir ehrlich, Bro. Das wird, glaube ich, nix für dich. Das wird nix für mich. Ja, okay, komm. Wir gucken dann. Bist du in der K... Oh, nein. Du bist in der Kano. Du bist in der Kano. Ja, komm raus. Ja, Digga. Nee, du willst mich doch verarschen, oder? Digga, warum gehst du denn auf so'n Versteck, Digga, wo jeder kennt? Also, wirklich. Digga, ich hab gedacht, du weißt es nicht, Mann. Du bist ja dumm. Aber okay, dann steht es zu viel immer für dich. Nicht schlecht. Du führst einen Punkt weiter. Dann würde ich sagen, next go in die nächste Runde. Mal schauen, wo du dich versteckst. Ich bin gespannt. Ja, ich werde mich sehr geil verstecken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo du dich versteckst. Und ich mal schauen, ob ich dich direkt finden werde. Weil ich meine, du führst ja schon. Hast einen Punkt mehr. Hast mich davon auch gefunden. Bro, ich hab Game Master versteckt. Hacker versteckt. Hacker versteckt. Okay, bin ich gespannt. Ich muss dich finden, ich muss dich finden, weil sonst schreibe ich mal in die Kommentare rein, ob jemand schon mal dieses Versteck genommen hat. Ich hab' ich glaub' nicht. Ah, ich jetzt ja nicht mehr, aber falls ihr mich findet und so. Ja, 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 du wirst. Du wirst sowieso nicht finden. Das ist das Ding. Nee, das Ding ist halt du. Ich werde dich finden. Das ist das Ding halt. Du bist halt hinterm Ziel. Ich bin nicht im Prinzip. Du bist hin und sieh' ich komm' grad nicht hoch. Ich hab' dich gesehen aus dem Augenwinkel. Nein, das hast du nicht gemacht. Oh nein. Du warst hier? Hä, wo warst du denn? Hä? Du bist weg? Hä? Wo bist du denn? Hä? Digga, ich seh' nicht mehr, Digga. Hä, wo bist du jetzt? Nee, du willst mich doch verarschen, Digga. Du hast ein neues Versteck gesucht, Digga. Du bist echt ein Lappen, Digga. Wo hast du dich jetzt versteckt, genau? Wo hast du dich jetzt versteckt, genau? Okay, komm. Okay, komm. Okay, komm. Ja, ich war da, wo du grad als erstes warst. Also genau hier in der Ecke. Ja, okay. Ist nicht schlecht. Kann man machen. Aber da war halt noch niemand, ne? Aber ich sag dir, so wie es ist, du wirst mich jetzt niemals finden. Dieses Versteck kennt noch niemand. Und zwar, man kann hier einfach hier rein. Der Typ wird nicht pallen, wo ich bin. Aber ich bin jetzt gar nicht reinkommen. Weil, Leute, ich bin einfach unsichtbar. Also der kann dann wieder gucken, wo ich bin. Und ihr seht, Leute, wo ich bin. Ich bin einfach unter diesem Teil. Ihr seht's, Leute. Ich kann hier einfach komplett rumrennen. Und wenn er kommen sollte, gehe ich einfach hier raus. Der wird das gar nicht pallen. Ich würde sagen, du kannst jetzt kommen. Ich bin versteckt, ja? Du bist versteckt? Ja. Dann würde ich sagen, ich komme. Digga, ich sag dir, so wie es ist, du wirst mich nicht finden, ja? Ja, Digga. Hör mal so über das Scheiß. Du sagst, das bockt langsam nicht mehr, ne? Du wirst mich nicht finden. Mein Versteck ist so OP. Ja, Digga. Ja, sagst du jedem. Bemerkst du es nicht, dass es hier ist, dass man es sagt? Du wirst mich nicht finden. Ja, 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 ja. Ja, ich werde dich finden, ja. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Ja, okay. Ich seh dich. Digga einfach oberen an. Ich seh dich. Was machst du denn? Ich seh dich. Warum gehst du jetzt hoch? Ich bin nicht hinterm Ziel. Ich bin nicht hinterm Ziel. Ich bin nicht hinterm Ziel. Okay, Leute, ey, ich rafen. Ich rafen, weil ich bin. Wo bin ich denn? Hier irgendwo, oder? Nein. Ich seh dich. Ich seh dich. Hast du irgendwo reingelegt, Digga? Ja, wo? Ey, dann meinte. Du hast doch... Ey, Digga, meine Zeit. Du hast wieder irgendwo reingelegt. Komm mal raus, Digga. Hä? Nein, hab ich nicht, Digga. Ich bin... Du musst dich zu... Digga, du hast gleich verkackt. Die Zeit ist vorbei, Digga. Digga, hä? Hä? Digga, was glückst du dich auch rein? Digga, die Zeit ist vorbei, du Lappen. Ja, okay, nee, Digga. Wir haben immer noch... Nein. Bro, du... Du glückst dich auch irgendwo rein, Alter. Komm, auf jeden Fall jetzt. Ich bin mal gespannt, wo du dich versteckst. Hm? Dann gucken wir mal, wo ich mich versteckt hab. Digga, du bist mich wie gesagt sowieso nicht wieder... Digga, ich bin dir ehrlich, Bro. Du bist safe hier unter dem Stein. Nee. Weil du... Du hast dich... Nein, da bin ich nicht. Digga, wo bist du versteckt? Wo bist du... Bin ich vorbeigelaufen? Vorbeigelaufen? Nein, ich bin ein bisschen hinten, wenn ich ehrlich bin. Hey, dann bist du ja... Okay, okay. Hey, Digga, da bist du auch nicht... Ich hab gedacht, du wärst beim Würfel. Bin ich dir ganz ehrlich, ja? Hab ich dir abgekauft? Ja, beim Würfel, das ist Billow versteckt. Das ist Billow versteckt. Billow versteckt, Digga. Du bist hier in der Kante, Digga. Billow versteckt, Digga. Digga! Mann! Was... Was... Digga, es läuft auch nicht da vorbei, Alter. Ich schwör. Ja, Junge, Digga, dein Skin hat... Digga, das sieht man halt einfach. Okay. Aber ist okay. Es steht jetzt auf jeden Fall unentschieden wieder. Okay, dann würde ich sagen, ich versteck mich wieder, ja? Du kannst auf jeden Fall zählen, okay? Ja, ja, Digga, komm. Okay, let's go. So, Focke, bist du versteckt? Darf ich dich endlich suchen, komm. Junge, du wirst mich nicht finden. Digga, das hab ich dir schon mal gesagt. Ja, ich werd dich auf jeden Fall finden. Was denkst du denn dabei? Ich werd dich finden. Du bist jetzt sehr viel dabei. Junge, was willst du, Digga? Junge, du bist doch sehr viel dabei. Zwischen dieses Würfel, was willst du eigentlich? Digga, was laberst du denn, Junge? Du laberst irgendwas von in deinem Würfel, Junge. Wenn du wüsstest, wo ich bin, Alter. Du bist so dumm. Du bist schon wieder vorbeigelaufen, Alter. Ich bin nicht vorbeigelaufen, komm. Okay, wenn du jetzt da nicht bist, dann weiß ich, ich weiß, dass du nicht hinter dem Ziel bist, weil du bist nicht so dumm. Okay, hier wachst du nicht. Ey, ich bin hinter dem Ziel. Nein. Nein, du bist vorne, du bist vorne, Bro. Ich gewinn das jetzt. Du bist irgendwo vorne. Oh nein, bitte, sag mir nicht, dass du hinter diesen Treppen bist. Bitte. Äh, nee, 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 nee. Nein. Hä? Und wo bin ich? Ja, guck, Digga. Nein, ich bin da nicht. Ey, doch, guck, Digga. Ich seh dich doch nicht. Digga, ich hab noch keinen Bock mehr. Ey, Junge, was versteck ich? Wie konnte ich dich eigentlich nicht sehen? Ey, ich weiß, du bist einfach dumm, Alter. Junge, ich war einfach da in der Ecke. Ich frag mich auch, du bist da vorbeigelaufen. Hast du das gesehen? Ich bin in den Treppen geglitscht. Hä? Wo bist du? Ja, jetzt bin ich wieder hier hinten. Aber ich komm jetzt hier. Ey, was laberst du, Digga? Aber ich war an den Treppen drin. Welche Treppe? Die Zeit ist vorbei, ich kann mal schauen, wo du versteckt hast. Du hast kaum, wie gesagt, ja. Okay, komm. Ich glaub, du hast dich einfach hinter dem Ziel versteckt. Okay, immer hinter dem Ziel. Bro, du sagst das schon seitdem wir uns kennen. Immer hinter dem Ziel. Ich bin nicht immer hinter dem Ziel. Was denkst du denn von mir? Digga, wo kannst du nur versteckt sein? Ich mein, Lava Rush gibt sehr krasse Verstecke, ne? Sehr krass sogar. Und ich bin bei einem sehr krassen, was manche von euch kennen, Leute, ne? Also, ich bin dir ehrlich, ich glaub, du bist in ein, in ein IQ-Versteck. Ganz im Ernst. Hä? Ja, natürlich bin ich in ein IQ-Versteck. Was denkst du denn? Hä? Es gibt ja nur IQ-Verstecke. Digga. Bis jetzt hab ich dich ja noch nicht gefunden. Bist du hier? Ja, du wirst mich auch bisher nicht finden. Hast du mich schon gesehen? Hm, nein. Ich kann dich sogar auch nicht sehen, weil man versteckt. Was so krass ist. Hä? Bist du? Bist du vorne? Ganz hinten? Oder in der Mitte? Hm, vielleicht liege ich dir das auch an, aber ich bin in der Mitte. Genau, in der Mitte. In der Mitte hab ich schon kontrolliert. Nee. Hä? Ja, dann bin ich eben am Anfang. Dann bin ich eben am Ende. Nein. Ich hab da irgendwas blinken gesehen. Nein, 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 nein. Du bist hinten, Digga. Oder? Warte mal. Oh mein Gott, was ist ein Versteck, lol? Einfach hier hinten? Okay, Digga. Übertreib doch nicht deine Lage, Digga. Oh, wie willst du mich denn sehen, Digga? Das war OP, das war echt OP, Digga. Aber, okay. Ja. Nicht schlecht. Ich versteck mich jetzt. Mal schauen, ob du mich findest. So, Funkel, kann ich dich suchen kommen? Äh, ja, du kannst mich suchen kommen, ja. Ja, okay, ich würd sagen, let's go und ich werd dich auf jeden Fall wie immer finden. Wie gesagt, so wie es ist, Digga, mein Versteck ist eigentlich richtig doof, aber du wirst mich nicht finden. Ja, Digga, du bist so doof. Deine Verstecke sind so doof, wie du den Stammelgeist doof bist. Jo, jo, jo. Ey, Digga, so Feuerkucker. Ey, ich hasse diese Maps mit so Bällen, Alter. Ich bin dir ehrlich. Ja, es ist nicht so nice, aber du wirst mich nicht finden, ja. Ich seh dich. Ich werd dich finden, wie oft denn noch? Oh, du bist vorbeigelaufen. Digga, hast du, hast du Lack gesoffen? Nee, du bist vorbeigelaufen. Bin ich vorbeigelaufen. Hast du Lack gesoffen, Digga? Du bist vorbeigelaufen. Hast du Lack gesoffen, Digga? Das Versteck ist wirklich krass. Ja, nice. Okay, dann auf jeden Fall. Okay. Unentschieden, ja. Bisher unentschieden, bisher unentschieden. Okay, dann let's go in die nächste Runde. Let's go. Okay, let's go. Ich bin mal gespannt, wo das sich verstecken wird. Let's go. Mal schauen, wo du dich versteckt hast. Bro, sei mal ehrlich, werd ich dich finden? Ob du mich finden bist, weiß ich nicht, aber ich glaub, du wirst mich schon wissen. Ja. Ich werd dich finden. Ich sag mir ehrlich. Ich bin ganz ehrlich, es ist nicht das größte OP-Versteck, aber es ist schon so ein OP-Versteck. Ja, ich werd dich aber 100% finden, weil ich mein, du bist safe hinterm Schild. Nee, hä? Ey, wo bist du? Oh, was laberst du denn die ganze Zeit? Also, bis jetzt habe ich dich ja noch nicht gefunden. Ich glaub, du hast ein echt gutes Versteck. Ja, ich hab hier auch ein echt gutes Versteck. Hä? Hast du mich, bin ich schon vorbeigelaufen? Ja, also, vorbeigelaufen bist du schon? Warte mal, ich hab wieder was blinken. Nein, das ist jetzt. Hä? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du hast es. Nein, ey, was war so? Du hast einen blinken, den Skin. Man hat das gesehen, der Eger, das war echt gutes Versteck, aber... Nee, Digga, gar nicht. Das war kacke. Okay, aber lass mich jetzt verstecken. Ich verstecke mich jetzt. Ja, okay. Okay, let's go. Mal schauen, ob du mich finden wirst. Ich werde mich auf jeden Fall ganz einfach, Leute, beim Jupiter verstecken. Der wird gar nicht peilen, wo ich bin, weil, Leute, das Versteck... Man denkt, man kann nicht mehr auf den Jupiter drauf. Aber, Leute, man kann auf den Jupiter drauf, Leute. Und das werde ich euch auf jeden Fall jetzt zeigen. So, Leute, ich werde mich auf jeden Fall bei den Jupiter verstecken hier. Der Typ wird gar nicht peilen, wo ich bin. Okay, ich bin versteckt, du kannst kommen, ja? Oh mein Gott. Leute, der wird's nicht ballen. Ich darf jetzt kommen, oder? Ja, komm. Ich bin versteckt. Du wirst mich nicht finden. Mein Versteck ist so okay. Und das weißt du ganz genau. Nee, das weißt du, weil ich bin halt krank versteckt und du weißt halt nicht wissen, wo ich versteckt bin. Doch, ei, 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 auf jeden Fall wissen, wo du versteckt bist, Digga. Digga, mein Versteck ist so OP, ne? Boah, du weißt gar nicht. Du weißt gar nicht. Digga, bist du wieder auf dem Jupiter oder wo bist du, Digga? Digga, du weißt gar nicht, wo ich versteckt bin, das ist so OP. Wo bist du denn? Bist du ins ein Pfeil drin? Nein, bist du nicht, Digga. Digga, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Digga, wo bist du denn? Bist du auf dem Jupiter oder was? Nein, Digga, wo bist du denn? Digga, was laberst du? Das ist nicht dein Ernst. Oh, du findest mich nicht. Digga, ich hab dich doch. Du bist auf dem Jupiter, Digga. Nein, bin ich nicht. Was laberst du? Doch. Wo bin ich? Achso, oh, da bist du. Scheiße. Digga, ey. Digga, wenn du dich am Ende aussehen willst. Ja, Digga, ich auch. Okay, das go in der nächsten Runde, ne? Let's go. Ich verstecke mich nicht als erst du versteckst dich, okay? Ich versteck mich als erstes. Ja, genau. Und ich glaub, das wird richtig spannend werden. Er steht unentschieden, ja? Also. Ja, ich weiß. Ich würd's sagen. Ich weiß schon. Und dann darfst du kommen. Okay, dann let's go. Okay, zwei Minuten vorbei. Darf ich kommen? Du kannst kommen. Ja, natürlich kannst du kommen. Ich bin ehrlich, du wirst dich komplett schlecht verstecken. Kann das sein? Nein, ich hab das beste versteckt. Ever. Ah, du bist... Warte mal. Siehst du mich? Nein, ich seh ich nicht. Du bist safe unter der Map. Und das kann jetzt verstecken, weiß jeder. Ich hab sogar deinen Kopf gesehen. Du brauchst jetzt nicht abhauen. Nein, nein, nein. Okay, komm. Komm noch rein, komm noch rein. Digga, hä? Hä? Du bist grad... Digga, du hast irgendwas... Digga, ich hab wieder was gesehen, Digga. Du bist hinter der Palme, Digga. Hä? Nein. Digga. Digga, du bist so schlecht, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich hab sogar deinen Kopf gesehen, Digga. Du bist so kacke, Digga. Ja, okay. Digga, das war ehrlich leicht. Also, so schlecht kann man schon mal nicht sein. Aber okay, dann würde ich sagen, ich verstecke mich. Du kannst mal hinten zählen, ja? Ja, okay. Okay, dann let's go. So Leute, ich hab mich auf jeden Fall wieder gesturmt. Ich werde mich auf jeden Fall wieder hier unter diesen Stein verstecken. weil, Leute, ich glaub, er kennt das Versteck gar nicht. Und er wird gar nicht raffen, dass das überhaupt geht. Weil, wie soll man denn bitte unter diesen Stein kommen, Leute? Wir werden es auf jeden Fall jetzt machen und mal schauen, wenn's klappt. Es klappt. Leute, ihr seht, es klappt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mit dem Schuh runter. Wir müssen die richtige Stelle treffen und wenn wir dann unter mit dem Schuh sind... Nein, dann wird's auf jeden Fall witzig, Leute. Ich würd sagen, wir sehen uns gleich, wenn's funktioniert hat, Leute. Ey, du kannst kommen, ja? Du kannst kommen. Ich kann kommen, Digga. Kurz Nasege, Juck, Digga, weggemacht diese Juckerei. Ey, bro, ich bin echt. Komm ich, Digga. Du findest mich nicht. Ich seh' dich, ich seh' dich. Ich seh' dich. Du bist hier, oder? Was? Nein, ich bin da nicht. Wie soll ich denn da runterkommen? Egal. Was laberst du, Digga? Ich seh' dich auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob du mich siehst. Also, ich bin ehrlich, ich seh' dich, aber ich weiß nicht, ob du jetzt... Also, ich glaub' nicht, dass du bei den Kalmen bist, weil so dumm bist du nicht. Also, so dumm wirst du dich nicht verstecken. Ich bin die ganze App. Ey, seid mal ehrlich, Leute. Wer in den Kalmen ist, der wird sich doch richtig... Ey, wo, 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 wo. Geh' noch mal zurück. Geh' noch mal zurück, ey. Du bist vorbeigelaufen. Ach so, ey, warte. Ey, wirklich. Ich weiß, wo du bist. Ich war da doch grad. Und ich hab' vergessen, wie man da reinsehen kann. Und zwar... Hä, wie? Wie? Du kannst... Spring mal. Du kannst rein, Digga. Springen, hä? Ja, guck. Oh mein Gott, du hast mich ja ehrlich gefunden. Man kann mit einer bestimmten Perspektive reinschauen. Ja, bock nicht schlecht. Oha, Digga. Okay, ja, okay, nicht schlecht. Dann... Noch immer unentschieden. Ey, Digga, es ist so'n krasses Finale. Ja? Oh, auf einmal, es wird unentschieden. Keiner kriegt die 100 Euro. Ich sag dir ehrlich. Ne, Digga, das wird nicht passieren. Let's... Go! Oh, ich versteck' mich als erstes. Okay, du kannst hinten zählen. Ähm... Mal schauen, ob du mich findest. Ähm... Ich weiß selber nicht, wo ich mich genau verstecken werde. Aber ich glaub', ich werde mich einfach hier verstecken, Leute. Hinter dem Stein. Wir haben halt einen grünen Skin. Das ist gut, Leute. Wir verstecken uns einfach hier drin. Ich glaub', hier drin ist ein gutes Versteck. Ich glaub', der will mich nicht finden. Ne, der findet mich nicht. Okay, ich bin versteckt. Ey, du kannst kommen, ja? Ich bin versteckt. Okay, und Leute, ihr habt ja grad gesehen, ich hab ja sowas gemacht. Oder vielleicht hab's ja auch nicht gesehen. Aber das heißt auf jeden Fall, dass ich, wenn ich funkelt bin, so ein Gesicht machen werde. Oder von Glück? Ich verstehe dich. Du bist vorbeigelaufen. Ey, Leute, sag ich immer, nein, diesmal glaub' ich. Digga, Bro, du musst mir glauben, ne? Ich mein', meine Verstecke waren ja echt nicht gut, ne? Aber du bist komplett... Du bist komplett falsch. Komplett falsch. Komplett falsch, Junge. Ey, du, ich hab' mich die ganze Zeit gesucht, ich hab' mich gar nicht gewonnen. Ja, die Heimat nicht vorbei, jetzt so. 10, 9, noch 10 Sekunden. Warte, 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 warte. Hier, hier, ich hab' nicht, ja, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ich hab' nicht, Digga, let's go. Ey, das war so knapp, dass man die letzten Sekunden noch immer unentschieden. Okay, dann let's go, dann versteckt. Ey, letzten Map, ne, letzten Map. Oh mein Gott, es ist fast die letzte Map, ja. Du musst'n noch verstecken. Oh mein Gott, okay, dann let's go. Jetzt such' ich dich jetzt mal. Ähm, sei mal ehrlich, Digga, bist du hinten, vorne, Mitte? Ich sag dir ganz ehrlich, Bro. Wo bist du? Keine Ahnung, was ich mit meiner Hand mache, ich bin vorne. Vorne, du bist vorne. Dann bist du in der Palme, wo ich bin. Der Palme, wo du bist? Natürlich, Digga. Ich kenn' nicht deine anderen Verstecke. Palme. Hey, wo bist du? Du findest mich nicht, du findest mich nicht. Warte mal, hier gibt's auch noch Palmen. Bist du lost, Digga? Oh mein Gott, du bist so lost. Ne, auch nicht. Hey, wo bist du? Hä, bist du hier? Warte mal hier. Hä? Nicht dein, nicht dein Ernst. Du hast dich da hier versteckt, Digga. Ey, Junge Mann. Ja, komm. Oder die kostet auch so'n Versteck. Okay, let's go. Ich will jetzt nicht so viel ausrasten, aber komm, nix. Und wenn du es jetzt nicht finden solltest, und ich dich finden sollte, habe ich gewonnen, dann musst du mir die 100 Euro geben. Was, wenn es unentschieden ist? Kann es nicht werden. Also, es kann werden, aber wenn du mich jetzt nicht finden solltest, dann hast du ein Problem, dann hast du verloren. So, komm. Ich werd' dich aber finden. Nein, Leute. Ich kann ihn gut. Ich darf ihn auf jeden Fall nicht finden. Nein, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. So, Leute. Ich werd' mich auf jeden Fall hinterm Ziel verstecken. Wenn der kommen wird, werde ich einfach weglaufen, ja? Weil, Leute, es gibt hier einfach keine krasse Verstecke. Und das ist meine beste Taktik, die Zeit zu stoppen, dass sie zwei Minuten voll sind. Okay. Ich bin versteckt. Du kannst kommen. Ja, okay. Ich komme auf jeden Fall. Hm. Also, hier bist du schon mal nicht. Hast du mich schon gefunden? Nein, vielleicht bist du hinterm Ziel. Nee, dein Ziel bin ich auch nicht. Sicher? Nee, siehst du mich? Nein. Ah, nein, da bin ich nicht. Was labest du? Bleib stehen, bleib stehen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich bin nicht da. Zeit vorbei. Zeit vorbei. Ich hab dich doch. Okay, okay. Okay, jetzt muss ich dich noch finden. Mal schauen, ob ich dich nicht finden kann. Ähm, okay, bin ich mal gespannt. Okay. Ich geh hinter. Ja, ich hoffe, du kannst mich nicht so schnell finden. Sonst hast du gewonnen, ne? Ja, eben. Finde ehrlich, Digga, du wirst dich wahrscheinlich hinterm Ziel verstecken. Also, ich hab mich nicht hinterm Ziel versteckt. Vertrauen in dieses Versteck ist krasser als... Krasser, meinst du? Ist krass? Ja. Ja, ist sehr krass. Äh. 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 Ey, nein, Digga! Wo warst du? Digga, ich war hier, aber man fällt da runter. Ey, es steht unentschieden. Es steht einfach unentschieden. Das heißt, keiner kriegt von 50 Euro. Aber nein, du hast gewonnen, weil guck mal. Digga, du hast dich schneller gefunden, als ich dich gefunden hab. Ja, okay, dann 100 Euro. 100 Euro. Ähm. So. Ergeben. One hat mich angerufen. Die wollen ein Management machen. Nein, jetzt gib. Hallo. Gib jetzt. Die werden es mich verarschen. Oh. Leider. Leider. Gott. Ciao. Hallo. Hallo. Leute, er ist aus dem Call. Er ist aus dem Call gegangen. Das war's. Kommt, Leute. Lasst ein Abo und lasst ein Like da, Leute. Aktiviert die Glocke für dieses krasse Format. Wenn ihr noch ein Part wollt, haut rein. Euer Funke. Bye, bye.